Nur die Playlist von HowToBeatHawks, weiß wie ein Irrwicht in seiner Grundgestelle aussieht. Und moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Heute bei Teil 2 von unserem Glockenturm. Und heute machen wir die Türme. Jetzt die nächste Frage, wo beginnen wir? Und zwar wir beginnen hier, sag ich mal, hier, ja, mit diesem Block. Und da gehen wir eins raus und das ist dann unsere Mitte. Jetzt machen wir, sag ich mal, ein 3x3, sag ich mal, Rahmen. Und gehen dann, sag ich mal, 1 rein und ziehen dazwischen 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die andere Seite auch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann kommt wieder so ein, sag ich mal, Dreierrahmen. Das machen wir überall. So, und dann, sag ich mal, ist ja nur 2 Seiten von unserem Viereck. Das machen wir hier nochmal. So, das haben wir. Das ist natürlich auch auf die andere Seite. Und dann alles auf die gleiche Höhe, wie unsere ganzen anderen Gebäude runterziehen. So, wenn wir das geschafft haben, habt ihr bestimmt bemerkt, dass das hier eins frei ist. Was machen wir denn da? Dazu nehmen wir einfach den Block und tun es einfach hier, sag ich mal, so dran. Warum nehmen wir keine Treppe? Nun ja, weil hier das Dach geht, sag ich mal, hier so flach und dann geht es hoch und dann ist er wieder gerade. Darum machen wir hier das, sag ich mal, so gerade hin. So. Und dann machen wir erstmal die Vorderseite. Und zwar, wir gehen hier an diesen Block hier, ziehen es rüber und tun alles darüber, sag ich mal, ausfüllen. Haben wir das geschafft, tun wir hier an den Seiten, sag ich mal, die unteren zwei wegschlagen und tun an den Seiten, sag ich mal, Treppen hin. Denn jetzt kommt, sag ich mal, eine Reihe von Treppen und zwar immer andersrum. Einmal so, einmal so, einmal so und das dann rüber. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, warum zwei, weil wir es jetzt genauso immer, sag ich mal, gleich auch unten machen. So. Haben wir das geschafft, tun wir darunter nochmal zwei normale Block rein hin. Jetzt kommen jetzt nämlich drei Fenster rein. Wir gehen von hier an der Seite und auf die anderen Seite und zählen zehn Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Beim elften Block ziehen wir das rüber. Den zwölften und dreizehnten Block tun wir auch runterziehen. So, bevor wir das Tor machen, machen wir hier den Eingang. Und zwar, wir lassen hier drei frei von jeder Seite und platzieren hier einen Block. In der Mitte sollen dann auch drei frei sein und die ziehen wir dann nach oben. Nehmen unsere Steinziegeltreppe und tun sie hier links und rechts hin. So, jetzt nehmen wir unsere Steinziegeltreppe und tun von oben, sag ich mal, eins, zwei, drei Blöcke freilassen und sogar noch einen halben. So. Oder wir zählen hier nur die Blöcke und dann haben wir zweieinhalb Blöcke. Die ziehen wir einmal rüber. Lassen dann wieder zweieinhalb Blöcke frei. So zwei, beim dritten die Hälfte. Zählen hier eins rüber. So, das füllen wir jetzt erstmal mit Kohle und schwarzem Glas aus. So, und dann haben wir es. Jetzt, sag ich mal, gehen wir von diesem Bogen, gehen wir von der Mitte aus und gehen dann so zur Seite. In der Mitte hier setzen wir einfach eine Stufe und links und rechts davon, sag ich mal, eine Treppe. Und jetzt, sag ich mal, können wir hier die Blöcke nachziehen. Jetzt, sag ich mal, lassen wir einen Block frei und machen hier die nächste Treppe hin. Nicht so, ist ein Block frei, die nächste Treppe hin. Und dann können wir es wieder nachziehen. Jetzt tun wir hier am Block eine Stufe hin. Tun das nachziehen. Und jetzt tun wir hier noch eine Stufe. Na, keine Stufe. Ah, 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 wie sieht das aus? Ja, so würde ich sogar machen. Jetzt ziehen wir hier an dem Block eine Treppe und nachziehen. Jetzt würde ich einfach nochmal einen Block machen. So. Und ganz unten nochmal die Treppe. So. Jetzt machen wir sowas ähnliches wie vorne. Und also beim Eingang des Viaducts, wir gehen eins nach hinten und ziehen erstmal, sag ich mal, so einen Rahmen nach oben bis zur ersten Treppe. Also bis hier. Komm. Und an der Treppe gehen wir eins nach vorne. Ziehen es dann wieder hoch bis zur Treppe und ziehen es dann wieder eins nach vorne. Also immer, wenn eine Treppe kommt oder ein Slab, eins nach oben und dann nach vorne. So, hier oben aber würde ich es ganz so nachziehen. Vor allem, nee, ich würde es nicht ganz nachziehen, sondern so. Dann an den Seiten einfach ganz oben wieder sowas hin, damit es so aussieht. Haben wir das geschafft, tun wir uns das Schwarz-Eichen als Bretter nehmen und hinten alles ausfüllen. So, das wird unser Eingang. Kommt unten zwar noch, sag ich mal, so Steintreppen wie auch vorne hin, weil da Treppen sind, aber die machen wir erst, wenn wir hier die Gewächshäuser oder die Fläche für die Gewächshäuser haben. So, jetzt machen wir aber mit unserem Turm weiter. Und zwar, wir gehen hier auf, sag ich mal, die Höhe, wo es das letzte Mal von einem Turm bis zum anderen springt und machen da so eine umgedrehte Treppe hin. Und die ziehen wir einmal rundherum. Die Ecken nicht mitmachen und hier auch die Neuner. So, das sollte dann perfekt hier ankommen, aber lasst hier, sag ich mal, ja, diesen Rahmen da. Nee, keinen Rahmen, sondern diesen Block da. Ja, so, jetzt lassen wir nach unten eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke frei und beim sechsten schlagen wir das noch einmal weg. So, hier natürlich könnt ihr es nachziehen. So, sollte sogar, dass wir hier wissen, wann wir, sag ich mal, wegmachen müssen. Und zwar hier platzieren wir einmal einen Block hin, aber ab hier geht es dann weiter und zwar tun wir dann hier eine umgedrehte, sag ich mal, Rille rein. So, dann gibt es noch eine Sache, die muss ich kurz korrigieren und ihr seht hier die Dinger leider nicht. Das kommt erst später. Was mache ich ja denn? So, das kommt erst später. Einfach nur die Neuner hier, aber die sollen hier nicht. So. Dann machen wir noch zwei Steinziegel rein und die sind ganz einfach, weil die genau hier weitergehen. Und zwar von unserem, sag ich mal, unserer Halle hier, von unserem Glockenturm. So, einfach hier so weiterziehen. Diesmal dürfen wir das überall machen, ganz sicher. Auch hier rüber. So, da stört es keinen. So, und das letzte hier unten und zwar, sag ich mal, überall außer vorne, weil vorne geht es ja nicht, weil da das, sag ich mal, Eingang ist. Und das dann wieder genauso wie vorne, so um geht es, äh, so wie bei der Halle, so um geht es richtig. Jetzt, kurz vor Schluss, machen wir noch unten, ist gleich wieder vorne. Und zwar, wir lassen hier eins frei auf jeder Seite und dann wieder zwei, also genau, ist gleich wieder oben. Ziehen das dann, sag ich mal, fünf Blöcke nochmal hoch, damit es insgesamt sechs sind. So, und dann vorne wieder verbinden. Das ist natürlich gleich wieder vorne. Hier, ich habe sie ja so gemacht, so wie ihr es gemacht habt, müsst ihr dann machen. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann einfach überall. Also nicht überall, sondern hier an diesen zwei Seiten. So, haben wir das geschafft, machen wir hier genau die gleichen Fenster rein wie hier. Ja, und die ändern sich auch nicht. Also hier die Mitte, das ist eine neuner Mitte, hier auf jeder Seite drei. Und die tun wir dann nach oben schlagen. So, wie war es nochmal? Hier oben eins freilassen. Dann hier die Steintreppe hin. Und dann eben eineinhalb freilassen. So, könnt ihr auch, sag ich mal, beim schon gebauten schauen. Und dann, sag ich mal, ja, von hinten verkleiden. So, für das nächste Fenster machen wir hier nach oben. Und zwar, wir gehen hier, sag ich mal, auch in die Mitte. Das wird ein Dreierfenster. Und zwar lassen wir von, sag ich mal, dieser Treppe eins frei und schlagen, ähm, ja, die drei weg. Die schlagen wir jetzt, sag ich mal so, nach oben. Und dann sogar weit, also bis zu unseren Treppen. Und die schlagen wir auch weg. So, jetzt nehmen wir die Treppe, tun links und rechts auch nochmal wegschlagen und sie so anwinkeln. So, dann über unseren Treppen noch einmal und dann so eine Spitze. Wobei, nein, hier keine Spitze, sondern einfach nur eins über unseren Treppen. Dann links und rechts eine Treppe und da ist es dann unsere Spitze. Und dann ist es, sag ich mal, die gleichen Abstände wie vorne die drei Fenster. Das heißt, sag ich mal, ab dieser Treppe hier lassen wir eins, zwei und zweieinhalb frei. Hier. Ab hier lassen wir nochmal zweieinhalb frei. Und das tun wir dann mit Kohleblock ausfüllen. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's. Das ist der Anfang unserer Türmen. Wer sich fragt, warum ist es ein bisschen kurz? So, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Hier unser Anfang von den Türmen ist, sag ich mal, heute nicht so lang. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, ob ich da was alles reinsteine und was nicht. Aber so viel haben wir heute nicht gemacht, weil das danach sehr kompliziert wird. Und dafür, das würde ich gerne in einem Video machen. Und dann schlicht nochmal die Dächer in einem Video und dann haben wir das. Dann würde ich sagen, Leute, das war's mit der Folge. Haut da unten ein Like und ein Abo rein. Und natürlich die Glocke aktivieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dass bei euch auch bald ein ganzes und komplettes Hogwarts in eurer Minecraft-Welt steht. Dann würde ich sagen, Leute, haut ein Like rein und zeigt es euren Freunden beim Kon- und Duschen. Dann würde ich sagen, Leute, lasst es nicht unterkriegen. Hittet einfach alles und ciao.